Genauso hätten die es ja auch machen können mit dem Mega Hack, als das passiert ist. Und was auch noch ein riesen, riesen Fail war von Silkwood. Wer braucht ein neues Trade System, wenn das alte schon genial war? Ganz ehrlich. Wer brauchte dieses alte, verschissene Trade? Ich meine... Zoffnjettel. Zoffnjettel. Hat mich auch abgefuckt. Und seitdem... geht es nur noch abwärts. Auf welchem Server? Ich glaube, früher hieß das Alexander. Alexander und dann wurde es verschmelzt. Und jetzt Dionysus. Nein, Quatsch. Alexander. Wie hießen die Server alle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Alexander. Und jetzt heißt es Dionysus oder so. Keine Ahnung. Oh, an uns gespielt. Ja, genau. Da war auch so ein... So eine Sache, wo du alles auf Plus machen konntest. Oder dieser Bug, wo du... Wo du zum Beispiel jetzt... Deine Waffe genommen hast. Zum NPC gegangen bist. Und das gemacht hast. Warte, so. Dann hast du das gemacht. Hast verkauft. Und hast wieder zurückgekauft. Dann hast du verkauft. Fuck, mein Spiel ist abgeschmiert. Hab ich dieses Wort jetzt verkauft oder nicht? Oh, mein Gott. Jetzt wollte ich den Trick euch zeigen, was damals funktioniert hat. Ich hab wirklich meine Sword jetzt verkauft. Ich hab meine Sword verkauft. Oh. Oh. Äh. Bleib mal still. Ach. What the fuck. Hab ich Glück gehabt. Hab ich Glück gehabt. Ich hab so Glück. Ich wollte doch nur den Trick zeigen. Ey. Mir kam die Flitzekacke schon fast raus. Ehrlich. Mir kam die Flitzekacke fast... Ich mach's nie wieder. Ich mach das nie wieder. Bah. Nee. 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 Ich mach so ne Scheiße nie wieder. Nie. Nie. So ne Kacke. Nein. Na ja. Danke Leute. Auf jeden Fall. Man hat die Sword. Man hat die Sword. Oder die Waffe. Hin und her. Gechanged. Also gekauft. Verkauft. Gekauft. Verkauft. Und dann wurde die übelst stark. Dann hast du theoretisch quasi eine Plus... Plus 100 Waffe gehabt. Und wenn du damals bei Alexandria... Alexandria? Doch. Alexandria war das. Wenn du da rausgegangen bist, hast du jeden One-Hitted. Ohne Witz. Oder Schild. Ein Bauer, der Knockberg macht mit 6-7 Mal. Alle Block. Alle. War Hammer. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so viel Glück gehabt gerade. So. Wir haben echt... Ah, Flitzekacke for the win. Ich weiß nicht, was wir mit... Ach, wir müssen ja Questen abgeben. Genau. Wir müssen ja noch Questen abgeben. In Ilian Gun. Stream-Highlight. Ja, das wird auf jeden Fall Highlight. Das muss ich auf jeden Fall noch zurechtschneiden. Flitzekacke for the win. Aber die war... Die war doch... Ich meine, die war doch hier drin, meines Wort. Oder nicht? Oder habe ich es doch noch geschafft, drauf zu klicken, damit die rüber switcht? Und dann ist der bestimmt abgeschmiert. War das so? Weil wenn ich jetzt das hier ja... Nee. Du musstest ja wieder kaufen. Aber dieses Fenster kam ja nicht, ne? Ich habe ja verkauft, aber dieses Fenster kam nicht. Ich kam nicht drauf, hier zu klicken. Ich weiß es nicht. Ich muss die Wiederholung wieder sehen. Ich muss die Wiederholung sehen. So, was hatten wir denn für Questen? Wie hießen die? Adventure Stone. Hier haben wir nix. Boah, hab ich gerade... Boah. Da hat es schon gemiefed, ey. Da war schon richtig am liefen, ey. So, da haben wir es. Moving Speed. 20% Increase. Yay. Die haben wir ja auch bekommen, durch eine Quest, ne? 20% Damage. Das läuft. Habe ich gerade noch so angeklickt? Ich weiß nicht. Ich muss mir ja die Wiederholung nochmal angucken. Ich muss mir die Wiederholung nochmal angucken. So, und den Wiesel. Den Wiesel, den Wiesel, den Wiesel. Der war da hinten. Guck, hier stehen die Leute schon. Lachen sich worry. Für gleich das Unique Event. Glaube ich, fängt um 9 Uhr an. Um 9 Uhr oder um 10 Uhr fängt das an. Keine Ahnung. So. machen wir später teleportieren wollen wir uns jetzt nicht ich will auf jeden Fall jetzt erstmal diese scheiß Questen hier verkaufen, die wir überhaupt gar nicht brauchen, die können wir auch nicht auf den Boden schmeißen oder so hier ist auch nur Müll Moment Müll, Müll, Müll Müll, 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 Müll Müll, 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 Müll Müll, 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 Müll Müll nicht Müll Okay, da müssen wir alles verkaufen ich raste aus da rastet einer aus ob ich Fortress filme, weiß ich nicht Fortress ist immer sonntags und ich hab meine Frau versprochen, dass ich sonntags ja nicht streamen werde ich denke mal nicht ich denke mal nicht, sorry Leute weil ich will auch mal ein bisschen Zeit mit Family verbringen ich glaube ihr würdet es verstehen das braucht man gar nicht überhaupt nicht ich hab hier sowas noch wie Physical, Magical, Damage und Increase echt Hammer Froschimals fühle ich an wie eine Schlange Man muss auch Priorität haben ja ich sag mal so wenn der Stream langsam so auf seine 100 Zuschauer kommt und ich krieg immer mehr und mehr Zuschauer natürlich werde ich dann wieder öfter streamen viel öfter streamen viel viel öfter streamen irgendwas hatten wir noch da okay hier haben wir nix boah da hatte ich auch voll fun Fortress ja aber was willst du machen ganz ehrlich ich wollte heute auch nicht streamen da bin ich wirklich ganz ehrlich aber keine Ahnung da musste ich wieder an euch denken dann hab ich zu meiner Frau gesagt ach ich gebe meine Leute warten meine Leute warten bam hatte ich Donations Hammer da will man nicht dann geht man für euch und kriegt was gut ist wie gesagt nochmal danke an The Chosen One The Chosen One und Takashi genau Olaf danke für dein Follow sehr nett Tiger Hunting vielleicht machen wir das noch Tiger Hunting und was waren die anderen ich glaube das sind wieder irgendwelche ja die sind auch wieder in der Cave sehr wahrscheinlich wir müssten 300 von diesen Idioten naja sieht man auch sofort Quincy Quincy Oxy danke für dein Follow thank you thank you very much welcome 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 in the family so dragon so let's go hunting tigers come Vogel Strauss Strauss Vogel ich liebe die Janka Musik I love this Sound da kommt ehrlich solche Erinnerungen hoch klar wenn man das Spiel schon seit über 10 Jahren zockt ne das erste damals als kleiner Jugendlicher was heißt denn über 10 Jahre das ist schon ich hab das angefangen glaube ich 2002 oder so boah boah it's bad so wir müssen ach das wollte ich doch gar nicht das hier wollte ich ok Young Tiger 15 Stück Young Tiger 15 Stück boah das geht aber schnell einmal Tiger einmal Tiger Girl einmal Tiger Girl Young Tiger Tiger da sind Young Tigers boah herrlich herrlich Tiger Champion da habe ich so weit Tiger oder ist egal aha ist nicht egal das ist überhaupt nicht egal go go Jeff happy woods danke danke aber das ist ich